Moin! Herzlich Willkommen zurück hier zur Dienstagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map 2.1 ohne Gräben. Wir sind dabei Feld 45 zu ernten, 4 Mähdrescher, 2 Überladewagen und 3 Abfahrer zu einem Einsatz. Wobei wir feststellen, dass es mit zwei Abfahren auch gereicht hätte. Ich habe hier unterschiedliche Kurse und der hier hat nämlich das Problem, dass er nicht vernünftig abfährt. Abfahrer entlassen. Oh, jetzt. Jetzt geht's. Wie kann ich ihm denn jetzt wirklich einstellen, dass er das so, dass er jetzt hier diese Position mal speichert? Gut, der fährt jetzt ab. Das ist auch richtig so. Er sagt jetzt, er kann nicht weiter. Ist auch richtig. Und hier sage ich ihm jetzt mal eben Nein. Er soll mir hier einen Kurs kopieren. Wieso steckt er jetzt im Verkehr fest? Das soll sich nicht so anstellen. Das andere scheint aber ja hier zu funktionieren. Ja, der andere Bunkert vernünftig ab. Hat eine vernünftige Position. Hallo. So, ist mir dann jetzt auch egal. Wenn er dann gleich vernünftig abbunkert, dann ist mir das alles egal. So, welcher Semi steckt jetzt im Verkehr fest? Na ja, gut. Der darf im Verkehr feststecken, weil der erste ist noch nicht voll. Sehr schön. Und der hier ist klar. Die sind alle voll. Da kommen jetzt die Überladewagen. Ja, wenn das so läuft, dann ist das super, oder? Wo ist da jetzt das Problem? Wo ist da jetzt das Problem? Warum will er das nicht? Warum will er das nicht? Ja, vielleicht weil es ein ehemaliges Grasfeld ist. Ja, dann müssen wir das nur falls eben machen. Das ist ja jetzt auch überschaubar. Das Feld ist ja gleich weg. Dann fällt 45. Das sollte dann ja bald automatisch laufen. Dann kommt nämlich gleich unser Abtanker, unser Abfahrer. Oh, nicht zu weit. Ja, erstmal warten. So, wir gucken mal, was unsere anderen hier alle machen. Der darf jetzt nicht weiter, weil der Verband steht. Okay, super. Sehe ich einen. Und irgendwo kommt auch schon wieder der nächste zurück. Ja, seht ihr? Die Zuckerfabrik wird gut beliefert. Da fährt er. Und jetzt auch nicht, der fährt so langsam. Ja, jetzt könnt ihr gleich einmal an Schlingern geraten. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier an der Stelle. Da wird er hier natürlich auch echt rumheizt. Aber, toi toi toi, klopf auf Holz. Alles gut. Das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Was steht da denn schon wieder für eine Palette mitten im Feld? Mann, Mann, Mann. So, irgendwann müsste ja auch mal wieder hier aufgeräumt werden. Ne, das meinte ich eigentlich gar nicht. Das meinte ich eigentlich gar nicht. Das mache ich jetzt nur mal eben so zwischendurch. Selbst wenn ich mir hier ein Zwischenlager mit einer Kapazität von 100 Paletten hinstelle, reicht das vorn und hinten nicht. Ich komme mich gleich wieder um. Feld 45. Ich bin ja im Moment frohen Lootis, dass das jetzt gerade mal so ein bisschen ein bisschen alleine funktioniert. Seien Sie, was mir Probleme bereiten wird, ist der eine Drescher, der noch auf dieser Außenbahn unterwegs ist. Wollte ich aber alles gar nicht. Da wollte ich hin. Ja, da ist er. Ganz klar. Logisch, dass der natürlich... Ne, das bringt auch da nichts. Da muss ich mit dem hier... Gut, das ist aber jetzt... Abfahrer entlassen. Habe ich doch ganz laut gedacht, oder? Trailer Assist aus. Abfahrer entlassen. Mal gucken, ob er jetzt wieder Mist macht. ーbenat distance. Ved ich ja, Из面 sagt nichts. Mein Pass dot, DURAOTE constatiert. його Service nove eligible. Je darf nicht nachdenken. Beantuxe heißt das injector im física. Launu mit dem Körper Horst das rausk Stein. Neu ist nicht einig. Wenn du jetzt rückwärts fährst, hau ich die um. Fahre ich die so ins Wasser und lasse dich da drin liegen. Da hätte ich dich platt gemacht, echt. Unfassbar. Okay, der schiebt ihn dann da ran, dann hat er durchdrehende Reifen, dann ist das so. Auf jeden Fall macht er ihn jetzt da schön voll. Das gefällt mir gut. Wir müssen dann bloß gleich irgendwann mal drauf achten, was wir mit dem ganzen Weizen machen. Das gefällt mir gut. Sag dich schon, ne? Warten bis die Warteposition frei ist? Ja, die ist doch frei. Und abfahren. Nein, nicht da hoch. Mein Gott, ey, bist du denn so dämlich? Wiesenfeld, unglaublich. Mann, ich schalte mal nicht in die falsche Richtung. Guck mal, da hinten kommt der andere an. Ach, ist das nicht schön. Wenn das hier alles so seinen geregelten Gang läuft. Ich schalte mal nicht in die falsche Richtung. Das bin ich schalte mal nicht in die falsche Richtung. Ich schalte mal nicht in die falsche Richtung. Oh, Zeit ist um. Das heißt, die Dienstagsausgabe ist auch schon rum, ist auch schon vorbei und damit ist auch das Ende dieser Aufnahme Session jetzt eingeläutet. Ich meine, wir haben jetzt Montag, eine Woche vorher und ja, wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Und daher verabschiede ich mich von euch. Ich danke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass der jetzt hier vernünftig entlädt. Jawohl. Ja. Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch auch für die ganzen Downloads von meinem Transportpack und auch von dem Zwischenlager. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich hier diese Aufnahme mache, sind wir schon bei über 750 Downloads vom Transportpack. Das ist ja jetzt auch schon über eine Woche her. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Das werde ich euch ja dann demnächst mal sagen. Mal gucken, ob morgen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Folge für morgen jetzt vielleicht doch gleich noch aufnehmen oder auch nicht. Aber ich denke mal, spätestens Donnerstag kann ich euch sagen, wo wir da gerade sind, bei welcher Stückzahl sozusagen. Da müssen wir mal gucken. Ja. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich von euch. Ihr seht, dass mit dem Cosplay hier... Ja, die erste Runde ist natürlich schwierig, wegen des Deiches. Nein, da kann er nicht richtig abtanken. Ansonsten funktioniert das jetzt richtig gut mit dem Cosplay. Warum der eine vorhin immer rückwärts fahren wollte? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht könnte ich mich da nochmal eben schnell in den einen Drescher rein. Wer ist das? Und könnte ich ihm eben sagen... Pass mal auf. Du. Er ist jetzt mal eben hier hin. Und dann kommt nämlich gleich der Überladewagen. Und stellt sich vielleicht dann daneben. Und es passt. Lass uns mal überraschen. Er kommt schon angerauscht. Ich kann ihn unten auf der Karte schon sehen. Ich kann ihn unten auf der Karte schon sehen. Ja. Funktioniert. Gute Idee gewesen. Habe ich toll gemacht. Weiter dreschen. Los. Pass auch mal, dass da außen noch für eine Frucht ist. Ich hoffe, dass er die nicht zuerst erwischt. Nein. Hafer war hier noch drauf. Seht ihr? Er springt jetzt immer hin und her zwischen Weizen und Hafer. Und er hier. Was er immer eher jetzt vorhat. Toll, jetzt drischt der mir da den Hafer weg. Und nicht den Weizen oder was? Ich drehe durch. So, ab in den Drescher. Und der mir da Hafer gerade frischt. Geht ja mal gar nicht. Der da. Hab Fahrer entlassen. So. So, Weizen. Alter, kein Hafer. Also, echt ätzend. Der KI. Okay, jetzt hat er Weizen. Schön. Leute, wir überziehen. Lange Folge. Ich mache jetzt Schluss. Hier spielt alles. Ihr seht's. Die Ernte läuft doch jetzt echt angenehm. Und ich versuche mir nochmal mal eben meine Überladewagen. Da nochmal eben rein zappen. Gucken, wie's da läuft. Na, wo sind sie denn? Da ist er. Ja, aber das wird er jetzt auch machen. Und ich verabschiede mich bei euch. Bedanke mich nochmal ganz, ganz recht herzlich. Und sage tschau. Und ich verabschiede mich bei euch 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 bei euch